Die Web App zu EFC24 kommt am Mittwoch den 20.09.2023 raus. Ihr fragt euch sicherlich, wie kann ich am Anfang relativ viele Coins machen, wie muss ich handeln? Ich zeige es euch in diesem Video. Wir werden uns gemeinsam anschauen, welche Spieler man investieren sollte, mit welchen Spielern man aktuell dann richtig gut traden kann, welche Spieler man einkaufen sollte, welche Spieler man verkaufen sollte. Wenn dir das Ganze gefallen sollte, lasst dir gerne ein Däumchen da oben da und abonnier unseren Kanal gerne kostenfrei, falls du hier neu bist. Wenn du unseren Kanal schon abonniert hast, dann guck einfach mal, ob du die Glocke schon aktiviert hast, weil dann bekommst du täglich Benachrichtigungen mit unseren Videos. Falls du noch Lust hast, in unsere kostenlose EFC24 Trading Gruppe zu kommen, dann musst du nichts anderes machen, als uns hier eine Nachricht zu schreiben mit Hashtag Trading. Dann sollte es eigentlich nicht lange dauern, dann fügen wir euch hinzu. Starten wir rein mit dem Video und ihr könnt ja schon sehen, die EFC24 Datenbank ist in Footbin endlich released. Das bedeutet für uns natürlich, wir können relativ gut planen, was die Spieler angelangt, welche Spieler wir am Anfang einkaufen können, gerade in der Web App Zeit. Das Ganze werden wir uns natürlich heute zusammen einmal anschauen, wir werden in Spieler reingehen, die relativ gut steigen werden am Anfang. Das Ganze hat natürlich auch einen Grund, den haben wir im letzten Video schon mal angeschaut, ich erkläre es euch nochmal ganz kurz für alle, die das Video noch nicht gesehen haben. Und zwar geht es um die Hybrid League und Hybrid Nationen-SBCs. Am Anfang werden alle versuchen, so viel wie möglich Packs und so gut wie möglich die Packs zu machen. Dazu habe ich ja auch schon mal was gesagt, wenn die untauschbar sein sollten, lasst die Finger davon. Wenn die tauschbar sind, macht das so schnell wie es geht für einen relativ guten Preis. Es wird aber auch viele geben, die darauf einen Scheiß geben, ob das untauschbar ist oder tauschbar. Die werden die einfach machen, einfach auf Zwang, egal wie teuer die sind, Hauptsache gute Packs. Und wenn wir uns hier mal zum Beispiel von Hybrid League die Anforderungen anschauen, seht ihr ja schon bei Startelf, dass du genau elf Ligen brauchst. Sieben seltene, zwei Spieler pro Chemie, 27 Gesamtchemie. Das bedeutet, du brauchst von einer Nation elf verschiedene Ligen. Boah, und das kann am Anfang sehr, sehr lästig und anstrengend sein. Aber selbst bei diesen High Five, sieben Meilenstein-Stiefel, alle neune sind die Anforderungen sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr schwer. Schaut mal, wer hat am Anfang ein 80er Rating, muss genau neun Ligen haben und so weiter. Das ist schon ziemlich, ziemlich schwer. Das Ganze kannst du dir natürlich aber auch zum Vorteil machen, indem du mit Spielern tradest in der Web-App schon, die da relativ gut steigen werden, die in den SPCs gebraucht werden. Dazu schauen wir uns einfach mal die SPC-Lösung von FIFA 23 an. Ihr seht es ja schon, das 80er Team, alle neune heißt, glaube ich, die SPC. Und was fällt uns da auf? Es sind Spieler dabei, die eine exotische Liga haben, aber eine relativ gute Nation. Und darum geht es immer bei Hybrid-Ligen und Hybrid-Nations. Davon mal ganz abgesehen, ob bei EA24 natürlich auch die SPCs so kommen werden, auch die Anforderungen so sind. Ich kann euch nur sagen, dass das in den letzten Jahren immer so war. Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man sich Spieler mitnimmt, und gerade Non-Rare-Spieler aus Ligen, die wirklich sehr, sehr exotisch sind. Auch zweite Ligen ist immer sehr, sehr gut. So eine zweite spanische Liga mit einem Spanier oder zweite spanische Liga mit einem Brasiano oder sowas ist sehr, sehr gut. Wir werden uns natürlich gleich mal Spiele anschauen, die man in EA24 auch schon kaufen kann. Das Ganze schauen wir uns natürlich auch in der Football-Datenbank einmal an, damit es auch alles komplett echt ist mit den Ratings. Dann schauen wir uns mal kurz noch die Teil-SPC Startelf an. Auch da gibt es ziemlich verschiedene Lösungen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Nationen. Am beliebtesten da war immer Frankreich, Brasilien, Argentinien, soweit ich das weiß. Und wenn ihr das jetzt mal anschaut, wie ich meine, die exotische Liga, gute Nation und gute Position, was du überall brauchst. Tote brauchst du immer, Innenverteidiger brauchst du immer und Stürmer brauchst du immer. Dann schauen wir uns jetzt einfach mal diesen Butets hier an. Und wenn wir uns von den Kollegen jetzt mal den Graphen anschauen von FIFA 23, dann werdet ihr schon schnell verstehen, was ich damit meine. Schaut euch das mal an, das ist der Web-App Start von FIFA 23. Und einfach ganz, 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 ganz wenig später ist er bei diesem Preis, weil alle die SBCs erzwingen und die unbedingt machen, um geile Packs zu bekommen. Wir reden hier einfach mal von über 4.500 Coins Gewinn. Und das einfach auf so einen geringen Zeitraum. Das ist natürlich auch bei der Web-App schon so, dass viele über die Web-App versuchen, schon die SBCs abzuschließen, auch wenn viele noch nicht die Coins dazu haben. Aber es ist ja praktisch unmöglich, die SBCs zu machen, ohne etwas einzukaufen. Aus dem Verein funktioniert das einfach nicht. Viele schauen dann auch, wie viel habe ich im Verein, wie viel kann ich schon aus dem Verein bauen. Die kommen aber niemals auf 11 Spieler, die sind dann vielleicht bei 4, 5. Man muss einen Rest dazukaufen, die machen das dann auch, weil die denken, okay, ich habe ja schon 4, 5 Spieler, ich spare mir da was. Aber im Gegenteil, ihr seht es ja, für eine Non-Rare-Goldkarte bezahlen dann teilweise 5k. Alle Sandrini habt ihr auch gerade in der Lösung gesehen, ist ein Franzose aus der chinesischen Liga, auch ein Stürmer. Eine Stürmerkarte brauchen wir immer, in jeder SBC ist ein Stürmer vorhanden. Es gibt keine Formation ohne Stürmer, deswegen auch sehr, sehr gut, was das angeht. Und kein Mann hatte den auf dem Schirm, weil im Endeffekt, wer will einen Franzosen aus der chinesischen Liga? Und wenn ihr hier mal seht, am Anfang hat er einfach 1200 Coins gekostet, was natürlich schon eine Menge Coins ist dafür, dass der eigentlich nicht spielbar ist. Aber ihr seht es ja schon, durch verschiedenste SBC-Lösungen von den Hybrid-Leagen und Hybrid-Nationen geht er natürlich extrem nach oben. Und genau in diesem Moment muss man eigentlich zuschlagen, wo er bei 1200 Coins ist, weil da kauft den keiner ein, weil kein Mensch damit rechnet. Und genau diese Spieler suchen wir jetzt auch für IFC 24. Wenn ihr darauf Bock habt, bleibt einfach am Start, wir schauen uns das gemeinsam mal an. Macht euch einfach ein paar Notizen, schreibt euch die Spieler irgendwo auf, wenn ihr irgendwo einen Blog habt oder sowas. Schreibt alle Spiele untereinander auf, wartet bis die Web-App draußen ist und checkt einfach die Preise mal von den Spielern ab. Zur Vollständigkeit wollte ich euch das ganz kurz noch zeigen mit Brasilien. Ihr seht das auch schon, so ein André Ramallo zum Beispiel sehr, sehr gut, ein Dodo sehr, sehr gut, Iago, den du aus LV zum LM umformst, auch sehr, sehr gut. Die waren einfach alle extrem teuer am Anfang von FIFA 23, weil sich halt wirklich jeder auf Kramp diese Packs mitgenommen hat. 100k Packs, am besten noch am ersten Tag. André Ramallo, wir gucken uns den Graphen von dem mal noch an, dann schauen wir uns an, welche Spieler bei IFC 24 sehr, sehr viel Potenzial haben. Und ihr könnt das auch schon sehen, der ist am Anfang bei 350 Coins gewesen. Nehmt euch solche Spieler unbedingt mit. Ein Brassianer-IV, wie gesagt, IVs brauchst du auch immer aus der niederländischen Liga. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Investment gewesen. So, und hier könnt ihr nochmal sehen, dass es das Ganze auch für Argentinien nochmal gab. Das ist wirklich sehr, sehr vielseitig, was das angeht und du bist da sehr flexibel. Es ist nicht so, dass sich jeder auf eine Karte stürzt, weil es gibt viel, viel mehr Karten. Wen ich hier gerade sehe, wer mich richtig angekotzt hat in FIFA 23, weiß ich noch bis heute. Ich musste den damals für 10k kaufen. Nicht wundern, ich sage euch, er macht die SPC nicht, aber wir haben es gemacht für den Content. Velasco LM aus der MLS, der war so schweineteuer. Und der hat am Anfang auch einfach 400 Coins gekostet. Wenn du das auf dem Schirm hast, du kannst massig Coins machen, IFC 24. Ich glaube, jeder sollte jetzt das Prinzip verstanden haben. Deswegen schauen wir uns jetzt die IFC 24 Datenbank an und suchen jetzt, ich würde mal sagen, 5 bis 6 Spieler raus, die wir am Anfang auf jeden Fall investieren können. Wobei investieren eigentlich das falsche Wort ist, weil das dauert 1, 2 Tage, dann steigen die schon. Was machen wir also? Wir gehen ja einmal auf Nationen, suchen uns einmal die Beliebten raus, gehen auf Argentinien. Und dann suchen wir uns die Spieler nach den genannten Muster, wie zum Beispiel ein Acosta, den ich hier sehe. ZOM aus der MLS, auch der wird am Anfang steigen durch die ganzen Anforderungen. Ganz, ganz wichtig für die ganzen Spieler, die ich euch jetzt zeige, nehmt ihr auf jeden Fall nur für den Abschlusspreis mit. Denn für den Fall der Fälle, dass ihr eh diese ganzen SPC weglässt oder die ganzen Anforderungen ändert, dann machst du auf jeden Fall keinen Verlust damit. Jetzt habe ich zwei Spieler von euch, die müsst ihr euch unbedingt notieren, die haben wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Zum einen ist es Martinez Quarta, Innenverteidiger aus der Serie A, dazu nach Argentinien und ein sehr, sehr gutes Rating. 77 ist stabil, man braucht meistens so eine Anforderung von 79, 80. Martinez Quarta unbedingt auf den Zettel haben. Spieler Nummer 2 ist Paredes, ebenfalls aus der Serie A, ein von beiden musst du bestimmt benutzen müssen. ZM von AS Roma, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial. In meinen Augen einer der Spieler, der am meisten Potenzial hat mit zu steigen, ist OJEDA. Er ist ein rechter Mittelfeldspieler aus der MLS, auch Argentinier. Das bedeutet, wenn es eine Formation gibt in der Anforderung, wo du einen RM brauchst, ist der Mann locker bei 5K, das schwöre ich euch. OJEDA auf jeden Fall mitnehmen, am Anfang abchecken, wie gesagt, Liste machen, alle Spieler am Anfang von der Web-App, wenn ihr 1000, 2000 Coins habt, mal abchecken und alle für den Abschlusspreis mitnehmen, die ihr dafür kriegt. Dann gehen wir einmal in die Bundesliga und hier finden wir Lukas Alario, 75er Stürmer. Wie gesagt, Stürmer brauchst du halt wirklich bei jeder Formation. Das ist kacke, egal, ob die die Anforderungen ändern oder ob die Anforderungen halt bleiben. Lukas Alario, 75er Rating für 350 Coins, super Deal. Ich denke, das Prinzip und den Tipp dahinter hat jetzt jeder verstanden. Das Ganze können wir natürlich auch noch einmal für Brasilien machen und einmal für Frankreich, wo ich euch genau die Spieler zeige, die auf jeden Fall Potenzial haben zu steigen. Wenn du das sehen möchtest, lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, lass dem Video ein Däumchen nach oben da. Aber wenn du es bis jetzt immer noch nicht gemacht hast, lass gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.